Echt, Echt. Nö, passt nicht. 200... 200... 200... Das sieht gut. 50... 50... 100... 100... 31... 31... 32... 42... 46... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ...female all-rounder in Germany. She started with the Basset Hounds, then owned and owned a world famous Doberman. Sie lebte in Südafrika für eine Zeit, aber die deutsche Dome-Welt ist glücklich, dass sie immer wieder zurückkommen ist. Meine Damen und Herren, Frau Hassi Assenmacher. Schettler Schieb Dome. Und dann ein Körnigen Kogi, Veteran. Ein Göstertur Rackapalan, Veteran. Das ist das Kappentus. Und ein Stippeckel, Veteran. After this move, one Veteran, these are... Dabei ist auch der Yorkshire Terrier unter den Veteranen. Dann die Pinball Terrier, joining the selection. Und der Irish Soft Coated Recon Terrier auf Platz 6. Vielen Dank für die anderen sehr schönen Veteranen. Den Applaus anhalten würde, wer das nett. Das ist das Kappentus. Von Spanien. Herr Juan Naveda. Er ist ein Ulbricht-Duch. Er hat verschiedene Funktionen in Spanisch-Regional-Dog-Clubs. Er hat die Dobermanns und die German Boxer. Und der beste Cardigan-Shirt. Kogi. Das war ein Liegen Tages. Ja, ich bin ja. Hier ist die Welch Korgi Pepro. Der Weltsieger unter den Berger de Brie oder Briasse. Berger de Brosse. Der Boceron. Und die dritte große französische Hütung der Ebene. Und aus denen kommen vier Wunde danach aufs Podium. Als die sogenannten Finalisten. Und Nummer 1. Er kommt dann in den Wettbewerb um Best in Show um den Besten und der Ausstellung. Der Berger uns noch an. Das macht den Boceron. Und den Bock von Beck in Show. Ich bin ja auch noch an. Eine große Fälle zu erzeugen. Ein FYS-Tner в 1. Wir haben das Schöpferd. Und einen Pock. Das macht den Boconial. Ein Verschbügel. In einem Sektion. Wow! Das macht den Bögen. In der Bögen. Eines Bögen. Dünn.